Ein monogrünes Deck mit dicken Kreaturen, was will man mehr? So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag und ich habe mal wieder ein monofarbenes Deck und das ist der Hammer. Das Deck macht so viel Spaß und mein Nachbar, einer meiner ältesten Freunde, hat das als sein erstes Legacy-Deck damals aufgebaut, weil er liebte monogrün dicke Kreaturen und er hat uns alle damit plattgemacht zu dem Zeit. Deswegen, saukutes Deck, es existiert bis heute mit leichten Abwandlungen natürlich, aber der Kern ist immer noch der gleiche, denn wir reden von 12 Post oder auch das Post-Deck, monogrün Post, tausende Namen hat dieses Deck und ja, was wir haben ist diese zentrale Karte, die ihr vor euch seht, Cloud Post. Kommt getappt ins Spiel, macht Mana für jeden Locust, also für jeden Ort, den wir kontrollieren, den wir haben. Aber nicht nur unsere, das ist wichtig, sondern auch die vom Gegner, aber hoffentlich kommt ihr nie ins Mirror, weil das ist mit dem Mana, das ist insane. Gucken wir uns zwar dann, wir haben einmal viermal diesen Cloud Post, dazu haben wir aber auch viermal den Glimmer Posten. Glimmer Posten sagt immer, wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegen wir so viel Leben, wie wir Locusse kontrollieren und tappt für einen Mana. Das heißt, wir haben jetzt schon mal acht Locusse, die halt, wenn sie unter anderem miteinander ins Spiel kommen, sehr, sehr viel Mana machen. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen, wir haben jetzt zwei davon und einen davon haben wir halt schon sieben Mana. Das ist einfach geil. Da uns jetzt aber diese Orte zu wenig sind, spielen wir noch zwei Vesuvas. Vesuvas kommen getappt ins Spiel und können ein Land, das wir haben, was wir kontrollieren, kopieren. Bedeutet, wir können Cloud Post, das wir im Feld haben, mit Vesuva kopieren, um mehr Locusse, also mehr Orte zu bekommen. Selbes Prinzip gilt für Echewing Deeps. Echewing Deeps kann eben auch als Kopie einer Landkarte ins Spielfeld kommen, außer, dass sie noch Cave dazu ist. Und das Wichtige dabei ist, die Landkarte muss im Friedhof sein. Und das ist halt bei Cloud Post ganz, ganz oft der Fall. Ganz, ganz oft sind einfach unsere Länder im Friedhof, weil die Heetner werden alles dran tun, um unsere Länder zu zerstören, unser Mana so gering wie möglich zu halten. Deswegen gute Karte dafür. Wir brauchen mehr Locusse, mehr Cloud Posts. Thespian Stage, tappen für ein Farblos oder zwei Mana tappen. Wir lassen sie zu einer Kopie eines Lands werden, außer, dass sie diese Fähigkeit behält. Mit Cloud Post, sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig. Kommen wir zu anderen Karten. Bevor wir jetzt in die Mana-Farben wirklich reingehen. Ja, das Deck spielt zwei Thespian Stages. Das bedeutet, wir spielen noch einen Dark Debs. Es ist kein richtiges Dark Debs Deck. Dark Debs Deck habe ich euch letztes Jahr mal vorgestellt. Könnt ihr oben, da laufen immer wieder auch so Vorschläge von Playlists durch. Unter anderem auch die Playlists zu Dark Debs, beziehungsweise zu den Deck Tags von letztem Jahr. Und da haben wir die Dark Debs Combo drin. Da habe ich auch die Combo nochmal erklärt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da nachschauen. Ansonsten akzeptiert einfach, dass das hier eine der stärksten Kombos im Legacy einfach ist. Die haben wir halt mit drin, weil wir haben halt die Thespian Stage drin. So, jetzt haben wir eine ganze Menge Mana. Jetzt haben wir eine ganze Menge farbloses Mana. Das ist wichtiger zu sagen. Dazu spielen wir eine Menge Forests. Wir haben drei, vier, fünf Forests. Tappen für ein grünes Mana. Dazu natürlich noch zwei Yabimaya Cradle of Growth. Die sagt halt, jedes Land ist zusätzlich Forests. Bedeutet, unsere Cloud-Bus können auch für grünes Mana tappen. Das ist besonders wichtig für die Glimmer-Pause, die sonst für Farbloses meistens ziemlich nutzlos wären. Wenn die für grün tappen, ist das schon ziemlich nice. Dann zwei Busejus who endures, falls wir gegen ein anderes Deck spielen, das Non-Basic-Lens spielt, was wir nicht haben wollen. Oder ganz populär, sowas wie Blood Moon oder ähnliche Effekte, die halt sagen, unsere Non-Basics werden irgendwie nutzlos. Irgendwie nutzlos gemacht. Und das können wir uns nicht leisten, weil darauf basiert unser gesamtes Deck. Auf diesem dicken Mana. Wenn wir das nicht haben, macht's keinen Sinn. Dann haben wir ein Karakas. Das ist Teil unserer Kombo. Die Kombo erklär ich gleich noch. Gleichzeitig ist es natürlich ein super Utility-Land. Und in die Utility-Lands gehen wir jetzt auch weiter rein. Wir haben ein Bujukaborg. Das, wenn's ins Spielfeld kommt, ein Friedhof exigelt. Auch hier Utility. Dann Carven of Souls. Mit dem sagen wir meistens Eldrasi, Elfisch. Also Elf oder Giant an. Was dafür sorgt, dass unsere drei Kreaturen, vier Kreaturen, die wir spielen, uncounterbar sind. Es sind nur drei, aber ja, egal. Dann haben wir ein Eye of U-Gin. Eye of U-Gin sagt, Eldrasis Spells kosten zwei Mana weniger. Und viel wichtiger, für sieben Mana können wir unser Deck nach einer Colorless Creature Card durchsuchen. Die Vorzeigen auf die Hand nehmen. Damit hat man früher sowas wie Walken Ballista gesucht. Und das tun wir leider nicht mehr. Die Zeiten sind leider rum. Wir haben nur noch zwei Eldrasis drin, die wir suchen. Und ja, dafür nutzen wir diese Karte halt einfach. So, dann haben wir als letztes Land. Dann haben wir unsere 30 Länder voll, by the way. Glacial Chasm. Kommt in die Versorgung, wir zahlen zwei Leben. Das Spielverkommen ist mit Landopfern. Und wir können nicht angreifen. Aber aller Schaden, der zu uns gefügt wird, wird auf Null reduziert. Manchmal ist es ganz wichtig, dass man einfach mal zwei, drei Runden Ruhe hat. Damit kann man sich zwei, drei Runden Ruhe erkaufen. Dementsprechend, ja, ist, ist, ist als Land zum Tutoren und so weiter und so fort. Ganz cool. So, das sind die 30 Länder. Damit sind wir schon bei der Hälfte des Decks durch. Wie ihr seht, wir haben jetzt nicht die krass teuren Karten drin. Also, Coven of Souls kostet ein bisschen was. Caracas kostet ein bisschen was. Poseidio kostet ein bisschen was. Dark Depths und Thespans Stage habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Und, äh, die hier kosten halt nichts. Länder, woh? Was wollen wir mit den Ländern machen? Wir wollen mit den Ländern mehr Kreaturen spielen. Und zwar beginnen wir hier mit der dicken Mama. Emraku, The Iron Storm, 15 Mana, 1515. Kann nicht gekontert werden. Gibt uns einen extra Zug, können wir den casten. Hat Schutz vor allen farbigen Zaubern. Anilator 6. Und wenn der in den Friedhof geht, sie in den Friedhof geht. Gut, dann mischen wir sie und den gesamten Friedhof wieder ins Deck. Die Kombo damit ist, wir haben hier eine Caracas. Mit Caracas bouncen wir uns unsere Emrakul, nachdem wir einen extra Zug bekommen haben und die angegriffen haben, und spielen sie erneut aus. Das machen wir jede Runde. Und, ja, das ist eine 16-Mana-Kombo. Und das ist gar nicht so unselten, dass wir das irgendwie aufpullen. Deswegen, geile Karte, kann man sehr gut machen. Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen schämen. Ich besitze keinen anderen Ulamok als Ulamok des Zizisanda. Devoid of Flavor. Ähm, ja, ist ein 10-Mana-Eldras. Ich meine, hier könnt ihr ihn bestimmt besser lesen. Nicht? Ich hasse das einfach. Aber sie war damals günstig und ich habe es bisher noch nicht geschafft, einen neuen zu kaufen. Er ist ein 10-10er, der sagt, immer wenn der Spell gecastet wird, können wir zwei permanente Exilen. Er ist ein Zerstörber. Und immer wenn er angreift, muss der Gegner, der angegriffen wird, 10-20. 20. Seht ihr, ich habe keine Ahnung, was meine Karten tun. 20 Karten millen. Der Ulamok ist schlimm. So, um Länder rauszuziehen, haben wir drei Primeval Titan im Deck. Primeval Titan, die gebannte Karte im Commander. 6 Mana, 6-6 Trampel und wenn er ins Spielfeld kommt, durchsuchen wir unser Deck nach zwei Ländern und bringen sie getappt ins Spiel. Irgendwelche Länder. Damit können wir zum Beispiel, äh, uns das Eye of Ugin holen. Wir können, äh, das Glacial Chasm holen. Wir können das Bujoka-Bock holen. Wir können alles damit holen. Kurz gesagt, alles. Mega gute Karte ist die Keykarte des gesamten Decks, meiner Meinung nach. Dann habe ich einen One of Endurance im Deck. Endurance allein deshalb, weil aktuell so viel Gravechart gespielt wird. So viel Scam. Das ist so widerlich. Und, äh, ja. Da möchte ich ganz gerne mit, äh, gegen Reanimate was tun können. Deswegen ein Bujoka-Bock im Mainboard. Und gleichzeitig ein Endurance im Mainboard. Einfach nur für den Fall, dass wir sie haben. Plus wir spielen noch Tutoren für unsere Kreaturen, mit denen man die raussuchen kann. So, dann nochmal ein bisschen Fast Mana, weil manchmal scheitert es einfach daran, dass wir ein grünes Mana nicht haben. Grünes Mana ist selten in diesem Deck. Und dementsprechend ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir hier mit Elfish Spirit Guide noch grünes Mana machen können. Die Mini-Hand von Eimente exilen. Und es ist ein Elf. Dementsprechend, wenn wir auf Elf gelegt haben, sagt haben wir das Soils, können wir die sogar unkunderbar spielen. Genau wie der nächste Elf. Elfish Reclaimer. Ein Mana 1, 2. Kriegt plus 2, plus 2, wenn wir 3 oder mehr Länder im Friedhof haben. Zwei Mana tappen mit Opfern Land, durchsuchen und Sektor am Land. Übrigens, klattes Spiel. Das ist so wichtig, weil wir halt einfach mal, äh, irgendwelche Forests oder irgendwelche nutzlosen Länder, wie jetzt ein Bujoka-Bock oder einen gespielten Boseju oder ähnliches, einfach gegen Cloud-Post und damit gegen verdammt viele Mana austauschen können. Und umso mehr Mana wir haben, umso schneller gewinnen wir. Das ist das Wichtige dabei. Ähm, das ist generell so eine sehr gute Statistik, die ihr aufstellen könnt. Habt ihr viel Mana? Habt ihr meistens gewonnen. So, dann kommen wir zu den restlichen Zaubern. Wir haben vier Once Upon a Time. Damit können wir uns eben die Obersten und Karten anschauen. Eine Land- oder Kreaturkarte darf man auf die Hand nehmen. Wir suchen eigentlich nur Länder. Manchmal eine Kreatur zum Spielen. Aber meistens suchen wir Länder. Und wenn es der erste Spell in einem Game ist, dann können wir ihn spielen ohne Mana-Kost zu bezahlen. Sehr mächtiger Zauber. Sucht fünf tief. Ähm, haben hatten früher Ancient Therings für gespielt. Die Karte ist besser. Dann haben wir vier Green Sun Senids. Wie gesagt, Green Sun Senids können wir Kreaturen mit aus dem Deck suchen. Grüne. Das heißt, Elfische Claimer als die Main-Karte. Genau wie unsere zweite Main-Karte. Primeval Titan. Und vielleicht das Endurance, das One-Off. Ähm, wenn wir es unbedingt brauchen. Ähm, ja. Ist eine sehr wichtige Karte. Manchmal hat man hier früher sogar noch sowas wie Dry It Hour drin gespielt. Einfach nur zum Rampen. Aber das ist einfach nicht mehr gut. Dann haben wir vier Crap Rotation. Damit können wir ein Land opfern, um ein Land rauszusuchen. Auch hier, ihr merkt schon, wir versuchen wirklich alles, um die Cloud-Posts rauszubekommen. Wenn ihr die Cloud-Posts nicht rausbekommt, ist das Deck einfach nutzlos, weil eure Spells einfach zu teuer sind. Gerade für Legacy. Deswegen, die ist ganz wichtig. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, boah. Das ist ja voll doof. In einem Format, wo super viel Wasteland gespielt wird und Blood Moon und Magus of the Moon und diese ganzen krassen Teile. Da willst du solche Länder spielen? Ja, möchte ich. Denn, ich spiele auch vier Pythynidle. Pythynidle, ein Mana-Artefakt, die sagt, wenn sie ins Spielfeld kommt, nehmen wir eine Karte an, Wasteland, und aktivierte Fähigkeiten von diesen Karten können nicht mehr benutzt werden. Davon spielen wir drei Stück im Mainboard. Weil wir müssen wirklich was gegen Wasteland haben. Gegen Magus of the Moon haben wir tatsächlich fast gar nichts, aber wir haben zumindest was gegen Blood Moon schon drin, mit Procedure und so. Dementsprechend, ja, damit kann man arbeiten, aber Wasteland macht uns ganz viel kaputt. Deswegen hier drei Pythynidle. Und als Karten 57 bis 61 One Rings. Auch mit One Rings kann man sich irgendwie eine Runde schützen. Man kann ein, zwei Karten ziehen. Ist halt eine gute Draw Engine, gerade wenn man halt irgendwie versucht, in Monogrün irgendwas zu machen. Früher hat man hier Sachen gespielt, wie die Seven Library. Wenn ihr die habt, könnt ihr die auch spielen. Ich finde One Ring hier einfach ganz nett, weil er dir weiteren, naja, es ergibt dir halt weitere Zeit, die du einfach spielen kannst. Und das ist alles, was das Deck braucht. Das Deck braucht ein bisschen Zeit und dann ist es unaufhaltbar. Deswegen kann man auch zum Beispiel im Control Deck nicht dagegen gewinnen und so weiter und so fort. Aber da kommen wir gleich im Deck-Talk zu. Wir gehen erstmal zum Sideboard. So, im Sideboard haben wir ein weiteres Endurance als Karte gegen Gravechart-Decks. Und ja, ihr wisst, Gravechart, wie gesagt, ist gerade überall. Wir brauchen noch ein bisschen was gegen Gravechart, deswegen noch Endurance dabei, plus das Puduka-Bock, plus die Endurance, plus drei Fairy Macabre. Ihr merkt wirklich, ich finde Scam und Mono-Black und alles, was damit zu tun hat, einfach so nervig. Dementsprechend, ja, Fairy Macabre muss halt einfach reißen. Die muss das reißen. Die muss das wirklich machen. Dementsprechend, ja, Fairy Macabre noch dazu. Drei Stück, haben wir schon mal vier Karten gegen Gravechart-Hate. Dann Ramonab-Excavator. Auch eine weitere Karte gegen Wasteland und andere Zerstör-Effekte. Ist ganz nett, weil mit ihm kann man halt tatsächlich mit Green Sun-Sanit den raussuchen und hat damit einfach immer wieder Länder aus dem Friedhof. Ist recht stark. Dazu zwei Vale of Summer. Vale of Summer gegen Counterspells, gegen Discard, gegen Scam-Müll und ähnliches ist es einfach eine gute Karte. Deswegen zwei Vale of Summer. Dann, ich hab gesagt, Blood Moon ist eine doofe Karte und Artefakte sind sowieso überall. Deswegen Force of Vigor vier Stück. Damit zerstören wir zwei Artefakt- und oder Enchantments. Und ja, man kann eine grüne Karte aus der Hand exilen, statt die Mandekosten zu bezahlen. Das macht's sehr, sehr gut. Dazu unsere einzige Karte, also nicht ganz einzige Karte, aber eine der Karten gegen Magus of the Moon des Member. Damit können wir halt minus fünf, minus fünf geben und wir bezahlen hier immer mit vier Leben. Das ist halt bitter, aber manchmal geht's halt nicht anders. Dazu dann noch drei Carpet of Flowers. Ein Mana, Enchantments, die sagen, wir kriegen x Mana, wobei x die Anzahl an Inseln ist, die der Gegner kontrolliert. Zu Beginn jedes Main-Steps. Können wir nur einmal pro Hunde machen. Also in einem der beiden Main-Steps. Und ja, das sind die beiden, das sind die Karten nochmal gegen Blau, weil Delver und so weiter können halt auch mal ganz mies sein. Und gerade auch diese Scaminator-Wasteland-9 nochmal, da kann man zumindest ein bisschen Mana wieder rausziehen. Und das hilft oftmals, dass man damit dann weiterspielen kann. So, gucken wir uns im Deck-Check mal ein bisschen an, was ich an dem Deck so geil finde. Zu dem Deck-Tag. Und zu dem Deck gibt's eigentlich nur eins zu sagen. Geil. Ich liebe das Deck. Ich find Cloud-Post, beziehungsweise 12-Post, beziehungsweise Big-Post, Mono-Green-Post, wie auch immer man das Deck nennt, find ich mega. Es gibt aufzusehen auch noch eine teure Version. Die spielt dann ein Tabernakel im Mainboard. Wenn ihr ein Tabernakel rumliegen habt, packt's mal ins Mainboard. Vielleicht ist sie ganz gut. Ich persönlich hab keins. Dementsprechend hab ich's nicht reingepackt. Wird's aber aktuell auch nicht drin spielen. Aber gegen sowas wie Dredge oder Scam oder so ist ein Tabernakel schon nicht schlecht. Dementsprechend, ja. Wenn ihr eins habt, spielt es hier drin. Wenn nicht, könnt ihr hiermit auch easy-peasy-Dinge rocken. Und, ja. Warum ist das Deck einfach geil? Was will ich denn hier machen? Ihr habt diese vier Länder draußen. Alle sind Cloud-Post. Das sind 13 Mana. Wenn ihr jetzt noch ein Eye of Ugin daneben habt, kostet der Emrakul halt nur 13 Mana. Dann spielt ihr den und der Gegner countert ihn. Ihr bekommt einen extra Zug. Was macht ihr? Richtig. Ihr sucht euch mit Eye of Ugin Emrakul aus eurem Deck. Und dann macht ihr das nächste Run nochmal. Wie oft will er den countern? Irgendwann geht's nicht mehr. Und es macht so viel Spaß, den Gegner in die Weißglut zu treiben, indem er nichts an eure Mana machen kann. Und dann eben sowas wie Primeval Titan, der halt Turn 4 oder so einen harten Boost machen kann. Ob es hier Turn 4, 5 irgendwie hart diesen Sprung macht, von Primeval Titan zu Emrakul. So geil. Es ist wirklich so, so cool. Es hat neues Spielzeug bekommen mit sowas wie Echwing-Dabs und ähnliches. Und es ist einfach ein geiles Deck. Es hat eine 16-Mana-Kombo drin. Und es funktioniert so gut. So schön. Wirklich, wirklich schön. Dementsprechend hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben dalassen. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. und das Deck-Tick eurem besten Freund zeigen und fragen, ob er nicht irgendwie Monogreen Cloudpost spielen möchte. Denn es ist ein günstiges, gutes Deck, das vor allem Blauspieler in den Wahnsinn treibt. Und wir lieben es, Blauspieler in den Wahnsinn zu treiben. Wenn ihr mich dann noch supporten wollt, könnt ihr das im Monitär machen, indem ihr, wie diese coolen Leute, die hier überall auf dem Monitor jetzt gerade zu sehen sind, mich bei Patreon unterstützt. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. Ich glaube, ab 8 Euro oder 7,50 Euro werdet ihr dann im Supporter-Tier hiermit angezeigt. Ab 15 Euro ist das Thalia-Tier. Da bekommt ihr dann monatlich eine Sendung von mir. Da sind aber nur noch ganz, ganz wenige Slots von übrig. Und das Thalia-Plus-Tier, da bekommt ihr eine größere Sendung. Das war jetzt zum Beispiel Makara-Kasse, die ich unterschrieben habe und rausgeschickt habe. Aber da ist kein Slot mehr frei. Also da könnt ihr mal Augen draufhalten, wenn das was für euch ist. Könnt ihr ja mal vielleicht mal schauen, ob nicht irgendjemand von den Thalia-Plus-Leuten abspringt und dann ihr direkt drauf springt oder sonst was. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das nicht könnt, fühlt euch nicht schlecht, Daumen nach oben, abonnieren und anderen Leuten zeigen, hilft genauso viel. Auf eine andere Art und Weise. Aber es hilft genauso viel. Dementsprechend vielen, vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Vielen Dank, dass ihr mein Video geschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Black Seed. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.